Das Honor 6 soll der Auftakt in eine neue Zukunft werden, so stellt es sich Huawei zumindest vor. Die Marke Honor soll dem chinesischen Unternehmen dabei ein anderes Image überstreifen, den Hersteller Huawei in den Hintergrund rücken und parallel zur SC3 existieren. Ob das Honor 6 diese Mammutaufgabe stemmen kann oder ob es unter dem Gewicht zusammenbricht, zeigen wir euch in den folgenden Minuten. Das Honor 6 ist eine Mischung aus dem hierzulande bereits seit geraumer Zeit erhältlichen S10P7, welches ebenfalls von Huawei gebaut wird und dem Sony Xperia Z3 kompakt, zumindest rein optisch. Die Designsprache ist aber noch älter und reicht bis ins Jahr 2010 zurück, in das Jahr, in dem Apple das iPhone 4 vorgestellt hat. Huawei übernimmt somit das Design eines der beliebtesten Smartphones aller Zeiten und versucht es mit dem Honor 6 noch einmal aufleben zu lassen. Ob diese Methode von Erfolg gekrönt wird, soll sich noch herausstellen. Schade ist, dass man alten Wein in neue Schläuche gießt und einer neuen Marke ein abgetragenes Kleid überzieht. Einen Vorteil, den das Honor 6 gegenüber dem iPhone 4 hat, ist der deutlich schmalere Rand über und unter dem Display. Die Rückseite hingegen besteht entgegen zahlreicher Behauptungen aus Kunststoff. Des Weiteren fällt auf, dass das Kameramodul, die Lautsprecherabdeckung auf der Rückseite und einige andere Details vom S10P7 übernommen wurden. Auch der Rahmen des Honor 6, der zwar einen Metalllook aufweist, dabei aber aus Kunststoff besteht, erinnert stark an eine Mischung aus P7 und Z3 kompakt. Der TFT-Bildschirm des Honor 6 hingegen ist von Glas geschützt und misst 5 Zoll in der Diagonalen. Dabei löst er in Full HD-Qualität mit 1920x1080 Pixeln auf und besitzt eine Pixeldichte von 441 ppi. Das Display befindet sich auf einem sehr guten Niveau. Für 300 Euro darf man zum einen nicht mehr verlangen, zum anderen bekommt man bei teuren Topmodellen nur selten ein besseres Display. Im Vergleich zum S10P7 hat Huawei die Anzahl der Kerne verdoppelt, dafür aber die Taktfrequenz heruntergesetzt. Das Unternehmen setzt nicht wie viele andere Smartphone-Hersteller auf Prozessoren aus dem Hause Qualcomm, sondern auf eine Eigenentwicklung mit der Bezeichnung High-Silicon Kirin 920. Dabei handelt es sich um zwei Quad-Core-Prozessoren, deren Kerne mit 1,3 bzw. 1,7 GHz Akten. Laufende Prozesse finden in einem 3 GB großen Arbeitsspeicher Platz. Hohe Zahlen also auf dem Datenblatt, doch wie schlägt sich das Honor 6 im Alltagsbetrieb? Wie ein angeschlagener Bastian Schweinsteiger in den letzten 10 Minuten des WM-Finals gegen Argentinien. So könnte man die Betriebsgeschwindigkeit des Honor 6 in einem Satz zusammenfassen. Man gelang zwar ins Ziel, allerdings sind Wartezeiten und Ruckler vorprogrammiert. Ähnliches war bereits im Test des S10P7 zu beobachten. Die CPU schien anfangs recht flott zu sein, zeigte dann aber im Laufe der Zeit ihr wahres Gesicht und schwächelte unter Volllast. Trotz vermeintlich mehr Power kann auch das Honor 6 nicht mit Geräten der Konkurrenz mithalten, die nahezu ausnahmslos mit Step-Dragon-Prozessoren von Qualcomm laufen. Zwar ist es einerseits löblich, dass Huawei die Produktion nicht auslagert, allerdings setzt man beim Display oder dem Kamerasensor auch auf Bauteile von Unternehmen, die es besser können. Warum nicht auch beim Prozessor? Der interne Speicher beläuft sich auf 16 GB, von denen nach Abzug des Betriebssystems 11,5 GB zur freien Verfügung übrig bleiben. Erfreulicherweise lässt sich das Datendepot mit MicroSD-Karten aufstocken. Huawei spendiert dem Honor 6 zwei Kameras. Auf der Rückseite verbirgt sich hinter der Optik ein 13 Megapixel Exmo RS-Sensor von Sony. Auf der Vorderseite befindet sich über dem Display eine 5 Megapixel-Kamera. Um auch bei wenig Licht noch brauchbare Fotos schießen zu können, baut Huawei gleich zwei LEDs ein, die der Hauptkamera Licht spenden. Videos lassen sich in Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Doch was bedeutet das alles in der Praxis? Die Hauptkamera macht sehr gute Fotos und geht leicht über die Schnappschussqualität hinaus. Zu verdanken ist das wohl dem Sensor von Sony. Bei guten Lichtbedingungen werden Bilder kontrastreich und weisen eine gute Schärfe auf. Wird es dunkler oder man fotografiert in geschlossenen Räumen mit wenig Licht, liefert die Kamera immer noch recht brauchbare Fotos mit wenig Rauschen ab. Auch Nahaufnahmen gelingen fast immer. Videos lassen sich in Full HD-Qualität, aber leider ohne Stereoton aufzeichnen. Auf die Möglichkeit Videos in Zeitlupe aufzunehmen, verzichtet Huawei. Auch die neue Marke von Huawei läuft mit Googles Betriebssystem Android. Das Honor 6 ist mit der Version 4.4.2 KitKat ausgestattet, über die Huawei die hauseigene Nutzeroberfläche Emotion UI 2.3 zieht. Somit ist das Honor 6 bei eingeschaltetem Display neben dem S10P7 kaum von diesem zu unterscheiden. Die Oberfläche wirkt schlicht und übersichtlich. Aufgrund des fehlenden App Drawers erinnert das Design mit der Anordnung von Apps auf nebeneinander liegenden Startbildschirmen an Apples iOS. Auch die Farbgebung und die flachen Icons im Standard-Theme tragen ihren Teil dazu bei. Wem Zweiteres nicht zusagt, dem steht eine Auswahl von über 135 Themes zur Verfügung. Neben diversen Displayeinstellungen und Startbildschirmstilen gibt es einen Bildschirmsparmodus, der die Nutzungsdauer des Handys um bis zu 20% verlängern soll. Dabei soll zwar die Systemleistung verbessert, die Bildqualität aber auf HD reduziert werden. Nach Aktivierung startet sich das Gerät neu. Im Test waren keine wesentlichen Unterschiede zu beobachten. Weder war die Leistungssteigerung spürbar, noch eine schlechtere Bildqualität ersichtlich. Gegenüber dem S-Cent P7 ist der Akku um 600mAh auf 3100mAh gewachsen, bleibt aber weiterhin nicht austauschbar. Im standardisierten Test von Inside Handy, wie dieser genau aussieht, erfahrt ihr im Testbericht. Der Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung. Blieben dem Honor 6 am Ende eines anspruchsvollen 8-stündigen Arbeitstages lediglich 25%. Somit hat Huawei zwar die Ladung des Akkus gegenüber dem S-Cent P7 erhöht, die Laufzeit ist aber deutlich gesunken. Die verbaute Batterie gehört derzeit zu den Schwächsten im Test. Es hätte so schön sein können. Ein Neuanfang mit einer neuen Marke und einem sehr gut ausgestatteten Honor 6 zum vergleichsweise niedrigen Preis. Allerdings ist nicht alles Gold, was glänzt. Diese Redewendung mag zwar abgedroschen sein, gilt aber beim Honor 6 aber mehr als bei jedem anderen Smartphone. Auf dem Datenblatt prallt das Smartphone mit Superlativen. Wenn es aber auf die Rennstrecke geht, ist die Luft schnell raus. Der Prozessor liefert in Kooperation mit dem Arbeitsspeicher keine gute Betriebsgeschwindigkeit. Zudem saugen sie gemeinsam den Akku im Handumdrehen leer. Das Design ist ein alter Hut, der von einem Gerät einer neuen Marke aufgetragen wird. Kaum etwas zu bemängeln gibt es hinsichtlich der Kamera und des Full-HD-Displays. Zudem sind die zahlreichen und kostenlosen Deams ein Paradies für Individualisten. Zudem ist die Zutem. Alle sind die Zutem. Zudem ist die Zutem. Zudem ist die Zutem. Zudem ist die Zutem.